So, delete. Ähm, geht er nicht in Keletown. Gehen wir nach Keletown. Okay, zum Keletown. Zum Keletown. Na? Oh, nein, die Quest. Kleine Sfretchen. Nein, dieser hat nicht aufgeladen, sondern die allgemeine Cooldown war noch drin, weil ich nicht zwei Attacken hintereinander ansetzen kann. Also bitte. Spiel, du hast Falsch. Du hast Falsch. Du liegst. Schlimm sei das. Ich finde so viele Fretchen, so viele kleine Fretchen. Talalalala. Wow, ein zweites Fretchen. Ich bin stolz. Die sind ausgestorben. Zu viele Spiele haben auf die Eingaben. Und schon wieder zehn. Oh Gott. Ich hasse solche Quests. Ich mag sie nicht. Ich hasse sie. Talalalala. Ich spring einfach mal zwei Mauser hoch. Talalalala. So zöhnt aber kein Fretchen. Und so sieht auch kein Fretchen aus. Kein. Was? Das sind Monstrums. Jetzt klaue ich nicht wieder die Gegner bitte. Wir müssen ja jetzt playen. Schlimm sei das. Noch die Hälfte. Die sind überall winzige. Hm. Nacktmullenzähne. Das sind ja noch eine Scheisse der Klincher. Wieso gibt es eigentlich keinen Kriegs-Jab? Hm. Ich finde ja nix, ich finde ja nix. Ja toll. Ich finde ja nix. Hm. Ja, aber bitte. Dreh dich nicht so blöd, die blöde Kamera. So. Vielleicht hier unten. Winziges. Ich finde ja kein Winziges. Können die nicht dort oben sein? So, wenigstens hier. Zwei. 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 Gut, prima, jetzt haben wir die zwei langen Quests erledigt. Gleiches Level, dann senken wir die mit dem höheren Level weg. So, also gehen wir und noch Mundzug nie. Alle langweiligen sich, weil alles ist wieder mal als Dominik. Was ist das? Gut, du darfst du gesiepft. Gut, du darfst du gesiepft. Ja, was weiß ich denn von mir? Gut, du darfst du gesiepft. Ich verstehe deinen Namen nicht. Voll der Suchti. Schon den ganzen Morgen war der hier. Gestern war er auch die ganze Zeit hier. Redwood. Genau. Genau. Zifko. Okay. Hm. Kleine da. Und jetzt? Haben wir nicht noch irgendwas? Scheint nicht zu. Ja, und es scheint dann auch nichts mehr. Und jetzt? Ich werde mir mal deinen Handy auf den Verkaufelfest toister. So, da, 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 da. Gut. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen leveln. Noch ein Level, da können wir Reichsquests machen. Was sonst? Hm. Keine Quests hier mehr. Das müssen wir noch ein bisschen leveln. Mal schauen, bei blauen oder gelben. Gegnern. Bitte, äh... Dankeschön. Ein bisschen zu schwach, Nerves sind nicht so gut. Hm. Karnum. Karnium. Karnium. Das ist ein Dalkafen. Ja, okay, naaau. Okay, es ist noch... Hm, geben uns gar nicht zu viele Erfahrungen. Diesen Bär hier. Schicklichkeit erhöhen. Schicklichkeit erhöhen. Der gibt auch nur 87. Ja. Nehmen wir ihn. Wir hätten wahrscheinlich kaum Gegner besser siegen als diese. Gehen wir mal hier rein. Ja, das ist nahe. Jetzt müssen wir nicht auf das Bär steigen. Gehen wir ihnen. Ah, heute gibt es einen riesen Feuerwerk. In Basel. Das ist so geil. Und es sind wieder keine da. Die einfach mal keine da sind.